hey internet und youtube ich bin wieder in den raum gegangen und wir wollten die taschen aber deswegen war das ja hier und jetzt steht hier ein fucking code ich hoffe der passt zu dem safe und ich habe deswegen nicht getriggert ich weiß nämlich nicht wie ich vor der flüchte verstecken ist ja weniger nur im safe raum und wenn ich die tür zu machen 4991 ich hoffe das stimmt jetzt jetzt mach auf ein schlüssel halleluja der taurus key das buch kann ich hier nix machen okay okay wir haben den schlüssel gefunden progress jetzt ist die frage welche tür ich will safen safe hinten ist das mit dem padlock easy ich will speichern speichern please das ist ein speicher ding speicher ding renn renn mein freund renn macht die tür zu und speichern apply ok wir haben den key wir haben gespeichert a feel good dördün 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 jetzt ist die frage wir haben vier millionen türen war der mit dem taurus key that's the question unlock das ist schon mal gut bam ok das gefällt mir nicht dass hier so viele ok wartet mal ist das der haupt ding nee das war das mit den kindern nein 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 rein 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 zu bitte 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 der totenkopf ist nicht gerade beruhigend jetzt mal ansehen aber wie lange müssen wir warten dreht sie bis die musik vorbei ist ich glaube sie ist wütend oh god sie ist ok ich gehe hier nicht mehr raus ich bleibe hier drinnen ich bleibe hier drinnen game over muss ich doch irgendwann beruhigen oder noch immer musik und gestöhne fast so wie in meinem lieblingsfilm haha ok ich mache die tür nicht auf nö sie schreit noch immer was soll ich denn jetzt machen ich wette wenn ich rausgehe passiert irgendwas ich stöhne nicht mehr come on wenn das wenn wer oh mein god wer das zählt jetzt was soll ich ich kriege die krise bei dem game wir werden auf jeden fall nicht mehr laufen sondern all das laufen ah oh god das war nix please please nein kann ich die alle abziehen oh nein nein ihr wisst was das bedeutet irgendwo drunter ist was schreckliches ach gott ich krieg diese ich kann ich halte das nicht mal ich halte das nicht ausnervlich ich halte es nicht aus verdammte scheiße wie what's that wieso schreit sie die ganze zeit ich halte das nicht aus what's that alter spring aus dem fucking fest dann ist es gut hier ist eine 6 oh oh das ist schön ich will das nicht mehr abziehen ich will nicht oh god aha oh oh god oh god hey nur noch 20 tode ist sicher das letzte wieder Es ist sicher wieder das Letzte, oder? Oh, okay. Eins noch. Ne, zwei noch. Komm, komm, komm. Oh, Jesus. Wir müssen das mit dem Pflaster machen. Schnell abziehen. Auf der anderen Seite, vielleicht sollte ich speichern. Weil, wenn es random ist, versteht ihr, was ich meine? Dann muss ich die alle wieder runterziehen und kriege irgendwann einen Herzinfarkt. Ich speichere kurz. Ich speichere. Weil, wenn ich nicht speichere und draufgehe, oder das random hinter so einem Tuch versteckt ist, dann, pff, das geht nicht. Nicht laufen, nicht laufen. Ich brauch das Laufen. Der ist ja so erschöpft, wie ich. Nach zehn Metern. Okay, wir haben zwei Ziffern. Nice. Fortschritt. Voller Fortschritt hier. Ohne Hände. Oh. Unlocked. Oh. Das ist... Okay. Na gut, es gibt sicher mehrere Türen. Mit diesem blöden Schlüsselsymbol. Okay, 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 okay. Ist gut zum Flüchten oder so? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ich muss nur finden. War noch so ein Symbol. Oh, das war jetzt nicht das Symbol, ne? War oben so ein Symbol. Wir müssen jetzt nur wieder... ...ne nächste Tür finden dafür. Wir brauchen noch zwei Ziffern. Und alles wird gut. Nichts wird gut. Das war ne Lüge. Aber... Ich will es nur mal aufmachen. Ich will es nur mal aufmachen, okay? Das ist alles. Ich will noch mal nachschauen. Hier war nicht noch eine weitere Tür, oder? Ne. Ich glaube, oben ist aber nur versperrt gewesen. Ohne Symbolen. Ich brauche auf jeden Fall, ich brauche die Tür. Ich glaube, hier sind sie... Oh, sch... Das ist noch immer das. Damn it. Unlocked, yes. Ah! Was, 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 was? Was? Nein. Aber ich störe nicht. Aber ich habe ne ganz komische Sicht. Ich habe ne ganz komische Sicht. Ich mag die Sicht nicht. Ich mag... Ich mag irgendwo hin, wo safe ist jetzt. Warte aus. Hier safe. Hier safe. Hier schön. Ein kleiner Safe Space. Und zu. Aber ich störe nicht. Und es ist keine Musik. Ach, ne. Muss ich näher rangehen und dann wird sie... Ich glaube, es passierte nichts. Wann habe ich gespeichert? Nach dem Ding. Okay, ich muss nur diese eine Tür jetzt wieder finden. Okay, ich glaube, das geht nicht weg. Anscheinend muss ich mich hier nähern. Okay, mir ist schlecht. Habe ich was getrunken? Oh, nice. Wie bin ich denn denn jetzt... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ich will doch nur in den Raum rein. Vorhin hat er auch nicht aufgehört. Ja, Gott. Zum Stöhnen hat er aufgehört, aber... Ich glaube, ich hätte mich hier ein bisschen nähern sollen, damit irgendwas ausgelöst wird oder so. Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, eine Arschkarte oder so. Fuck. 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 Weiß jemand, wo der Raum war? War denn das? Ey, komm. In der Panik habe ich das natürlich jetzt... war der Raum mit dem komischen Spiegel am Ende. Ah, Spiegelfenster, wo sie am Fenster ist. Hier. Oh, Gott. Okay. Fuck it. Okay. Hallo. Ich leuchte dich an. Okay. Ich will nicht sagen, dass ich Panik habe. Oh, Gott. Ich habe absolut keine Panik. Schießt überall. Run away as far as possible. Ja, sehr witzig. Hey, danke für den... Oh, Gott. Danke für den Hinweis. Ich will... Zu meiner Mama. Wohin? Okay. Okay, hier muss irgendwas sein, was ich... Was zum Teufel? Eine Batterie. Eine Batterie. Jetzt habe ich mich gerade gefreut. Ach, come on. Hier muss doch was sein. Eine Batterie. Noch einen Schlüssel finden. Okay. Okay. Jetzt muss ich den Closet... Ich kriege die Krise. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Krisen wie hier. Ich hatte noch nie so viele... Ne. Das hier ist die ultimative Krise. Okay. Noggen Key finden. Weiß nicht, was ich bei der Frau hätte tun sollen. Ich konnte gerade nichts klicken. Okay. Noch einen Key finden. Oh nein. 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 Und wann geht die Sicht weg? Wann geht die Sicht weg? Okay. Wir werden das rausfinden im nächsten Part. Okay. Nicht. Mach die Tür auf. Okay. Wir haben Progress gemacht. Wir haben Fortschritt gemacht. Okay. Wir haben Fortschritt gemacht. So viel... Okay. Alles gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Meine Nerven. Ich schkl?? Ich kann nicht mehr. Nein.